Da sind irgendwelche Leute, die fragen nach mir. Er sagt, hast du scheiße gebaut, ist irgendwas passiert? Ich habe gesagt, Bruder, ich weiß es nicht. Er sagt, guck mal, du warst der Letzte, der Kontakt mit dir hat. Such sie oder du bist ein toter Junge. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Auf diesem Kanal erzählen wir Storys von Zuschauern. Keine dieser Storys geht es um mich. Es sind Zuschauergeschichten, das ist unser Format, das ist unser Content. Wir wollen mit diesen Geschichten euch die Augen öffnen und auch den Menschen helfen, die denken, sie hätten Probleme, Schwierigkeiten in ihrem Leben. Wenn ihr diese Geschichten hört, werdet ihr wahrscheinlich auch mit eurem Problem besser umgehen können, weil ihr auf jeden Fall hören werdet, dass es noch viel, viel schlimmere Dinge da draußen gibt, die passieren. Und vielen Dank für euren Support. Vielen Dank für 40.000 Abonnenten. Ich küsse von jedem Einzelnen das Herz. Und viel Spaß jetzt bei der Story. Und danke. Mein Name ist Hezhar. Ich bin 22 Jahre alt und erzähle heute meine Geschichte. Ich weiß auch gar nicht, wie ich anfangen soll. Ich habe ein Mädchen kennengelernt. Meriem. Auch so in meinem Alter. Wie das so ist, man geht was essen, man unternimmt was. Wir haben uns übrigens über Facebook kennengelernt. Und irgendwann kam sie mir mit Geschenken. Sie hat mir Sachen geschenkt. Sie hat mir mal Airpods geschenkt. Da hat sie mir mal ein iPhone geschenkt. Da hat sie mir mal dies und das geschenkt. Und ich dachte, Alter, die hat Kohle. Ich war jetzt nicht so der käufliche Typ. Es war auch nicht so, dass wir irgendwie uns lieben oder den Kontakt so haben oder die Beziehung so haben, dass es auf eine Ehe hinausläuft. Es war einfach, wir haben uns gemocht. Wir haben vieles unternommen. Einige Sachen auch gemacht, die jetzt hier nicht unbedingt erzählt werden müssen. Aber ihr wisst, wie das ist. Auf jeden Fall ging das Ganze so fünf, sechs Monate. Und ich wusste nicht, ehrlich gesagt, auch aus welcher Familie sie ist und so. Ich bin Araber, sie ist Araberin. Und auf jeden Fall, auf einmal habe ich nichts mehr von ihr gehört. Ihr Handy war aus, keine Nachricht, kein Anruf, gar nichts mehr. Und ich dachte mir, egal, fuck off. Die hat wahrscheinlich einen neuen, hat sich eine neue Nummer geholt und fertig. Auf jeden Fall, es vergeht ein bisschen Zeit, so 10, 15 Tage. Ich arbeite übrigens bei einem Türken im Restaurant. Und ihr müsst euch vorstellen, dieser Imbiss hat auch viel Laufkundschaft. Das heißt, direkt an der Theke, die Leute kommen rein, bitteschön, bla bla bla. Aber rechts von mir ist noch so ein Fenster, was man so zur Seite schieben kann. Der Gast muss nicht unbedingt reinkommen. Er kann auch einfach da stehen. Ich gebe ihm das Essen so und er gibt mir Geld und tschüss. Und mein Chef, Khal Mahmoud, ist auf jeden Fall ein absoluter Killer. Ich habe übertriebenen Respekt vor ihm. Und er ist auch einer von den Khals, die man einfach ruft, wenn es wirklich brennt. Auf jeden Fall, ich sehe aus dem Augenwinkel, zwei schwarze Geländewagen halten da an. Und der Khal, Khal Mahmoud, total hibbelig. Er wird so nervös. Er geht raus. Tiere steigen aus diesem Auto aus. Ich schwöre es euch, das waren keine Menschen, das waren Tiere. Alle solche Ochsen, Zopf, Sonnenbrille. Ich beobachte das. Khal Mahmoud geht hin, küsst von einem die Hand. Ich denke, Alter, was geht da denn ab? Ich stehe so am Schaufenster. Ich beobachte die nicht ganz genau. Aber ich stehe an diesem Fenster. Ich beobachte das und denke mir. Was sind das für abgefuckte Motherfucker, wenn Khal Mahmoud schon dahin geht und von dem einen die Hand küsst? Ich habe einfach mir danach nichts mehr dabei gedacht. Ich stehe an diesem Fenster. Ich gucke ein bisschen nach rechts, ich gucke ein bisschen nach links. Und auf einmal höre ich aus... Ich habe es einfach so gehört. Arbeitet ein Hezhar bei dir. Und ich denke so, fuck, mein Leben ist gefickt. Was habe ich gemacht? Irgendwas stimmt hier nicht. Ich gehe von diesem Fenster direkt weg. Ich gehe nach hinten in die Küche. Ich sage, Bra, da sind irgendwelche Leute, Digga, die fragen nach mir. Er sagt, hast du Scheiße gebaut, ist irgendwas passiert? Ich habe gesagt, Bruder, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich habe keinen Plan, was ich machen soll. Khal Mahmoud kommt rein. Er guckt mich an. Er sagt, Schürze ausziehen, rausgehen, sofort. Da will jemand mit dir reden. Ich ziehe meine Schürze aus. Ich sage, Khal, ist alles okay? Er sagt, geh sofort raus. Yallah, sofort. Ich ziehe meine Schürze aus. Ich laufe da hin, meine, ich schwöre es euch, meine Knie zittern. Das Ding ist, ich kann auch nicht meinen Vater anrufen. Mein Vater ist genauso ein Killer wie die. Wenn mein Vater kommt und die irgendwie Stress schieben, die knallen sich gegenseitig ab. Ich gehe hin. Ich sage, ja, äh, Khal, ihr wollt mit mir reden? Einer sagt, komm mal mit, ich muss mit dir einmal reden. Lass uns ein bisschen spazieren. Wir laufen. Ich sage, Khal, alles okay? Er redet nicht. Er läuft immer weiter. Ich gucke hinein, ich sage, Khal, was ist los? Jesus, er sagt, weißt du, dass ich mich wie diesen Dreck unter deinem Fingernagel fühle? Weißt du das? Weil ich dich hier zum etwas bitten muss. Ich sage zu ihm, Khal, nein, man ist doch voll alt. Er sagt sowas nicht. Was ist los mit dir? Er sagt, pass auf. Maryam ist meine Cousine. Sie ist verschwunden seit zwei Wochen. Und du bist der Letzte, der Kontakt mit ihr hatte. Es ist mir egal, ob du noch Kontakt hast oder nicht Kontakt hast. Ob du weißt, wo sie ist, ob du nicht weißt, wo sie ist, interessiert mich auch nicht. Wir möchten, dass sie wieder nach Hause kommt. Ich sage zu ihm, ich weiß nicht, wo sie ist. Ich habe selber seit zwei Wochen nichts mehr von ihr gehört. Ihr Handy ist aus Khal. Ich schwöre, ich habe keinen Kontakt mehr mit ihr. Er sagt, guck mal, du warst der Letzte, der Kontakt mit ihr hat. Er sagt, such sie oder du bist ein toter Junge. Es ist egal, wer du bist und aus welcher Familie. Du bist weg. Ich sage zu ihm, Khal, ich weiß nicht. Er sagt, ich will auch nicht weiterreden. Ich komme in ein paar Tagen wieder und ich hoffe, du hast für mich einfach neue Informationen. Wir laufen wieder zurück. Die steigen ein. Khal Mahmoud will gerade raus. Er sagt, nein, nein, alles gut. Khal Mahmoud bleibt einfach stehen. Und ich denke so, Digga, wenn er schon Angst und Respekt vor denen hat, die ficken mich mal. Die töten mich. Die nehme ich einfach mit. Auf jeden Fall, die fahren weg. Khal Mahmoud guckt mich an. Er sagt, setz dich hier hin. Ich setze mich hin. Ich sage zu ihm, erzähl. Er sagt, Hajar, ich liebe dich wie ein Sohn von mir. Du arbeitest hier schon seit du 16 bist. Du hast hier nebenbei nach der Schule gearbeitet. Nach der Schule hast du hier fest angefangen zu arbeiten. Wo ist dieses Mädchen? Ich habe gesagt, Khal, ich weiß nicht, wo sie ist. Ich schwöre dir auf alles. Ich habe keinen Plan. Er sagt, mach dich lieber auf die Suche. Ansonsten wird deine Mutter um dich weinen. Und mir sind die Hände gebunden. Ich kann nichts machen. Ich sage, kann ich bitte nach Hause? Ich kann so nicht mehr weiterarbeiten. Er sagt, tamam, geh. Und kümmere dich um die Sache. Hajar, kümmere dich um die Sache. Bitte. Ich gehe nach Hause. Ich gehe erst mal duschen. Ich mache mir einen Kaffee. Keiner ist zu Hause. Ich mache mir einen Kaffee. Ich nehme den Kaffee. Ich nehme mir einen Aschenbecher mit. Ich nehme meine Zigaretten. Ich gehe auf die Terrasse. Lege meinen Kaffee und Aschenbecher hin. Meine Zigaretten liegen auch da. Ich setze mich hin. Und atme erst mal tief ein und aus. Trinke einen Kaffee und rauche meine Zigarette. Und lasse das Ganze erst mal Revue passieren. Was hat dieses Stück Scheiße als letztes zu mir gesagt, dieses Mädchen? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Es war ein ganz normales Gespräch, gehe ich mal von aus. Ich weiß nicht genau, wo sie wohnt. Was bringt mir das auch? Weil die Familie war ja bei mir. Ich habe keine Ahnung, wer ihre Freundinnen und so sind. Wie gesagt, das war einfach nur just for fun miteinander. Wir haben viel Spaß miteinander gehabt. Sind was essen gegangen, Kino gegangen. Aber weder habe ich mich für ihr Privatleben interessiert. Weder hat sie sich für mein Privatleben interessiert. Die Chemie hat einfach gepasst und es war schön so, wie es war. Ein paar Tage vergehen. Ich kriege einen anonymen Anruf. Ich gehe ran. Ich bin total nervös. Ich denke, das sind die. Ich gehe ran. Hallo. Hallo Hejar, wie geht's? Was machst du? Ich so, Mädchen, wo bist du? Sag mir nur, wo du bist. Sie sagt, das kann ich dir nicht sagen, aber ich bin unterwegs und so. Aber ich melde mich die Tage und dann treffen wir uns. Okay, ciao. Und legt einfach auf. Und ich denke, ich bin im falschen Film, Alter. Sie ruft mich anonym an. Ich habe keine Ahnung. Ich rufe auf jeden Fall ihren Cousin an. Ich sage, sie hat sich bei mir gemeldet. Sie hat gesagt, wir sehen uns die Tage. Sie meldet sich die Tage und hat einfach aufgelegt. Er sagt, sag mir, wo sie ist. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, wo sie ist. Er hat gesagt, wenn du weißt, wo sie ist, sag es mir. Ja, okay. Zwei, drei Tage vergehen. Ich kriege wieder anonymen Anruf. Ich gehe ran. Sie ist es. Hajar, wo bist du? Ich habe gesagt, ich bin zu Hause. Was ist los? Ich sage, Hajar, bitte. Hier ist ein Mann, der will unbedingt, dass wir Drogen nehmen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Und ich glaube, die wollen uns auf den Strich schicken. Ich sage, Mädchen, sag mir nur, welche verfickte Stadt bist du? Sie sagt, ich bin in Hamburg. Ich habe gesagt, bist du Hamburg, Reeperbahn, irgendwas? Auf einmal aufgelegt. Ich rufe ihren Onkel an. Ja, ihren Cousin. Ich sage, Rahl, sie hat sich wieder gemeldet. Das und das und das hat sie zu mir gesagt. Er hat gesagt, kein Wort zu irgendjemandem. Ich komme jetzt. Er kommt. Er sagt, steig ein. Was hat sie genau gesagt? Ich habe gesagt, das, das, das und das hat sie gesagt. Er guckt mich an. Und jedes Mal, wenn er mich anguckt, werde ich übertrieben nervös, Mann. Ich habe Angst, dass er einfach Knarre nimmt und mir einfach eine Kugel verpasst. Ja, nee, das, egal, wie ich es versuche, euch zu beschreiben. Das war einfach ein Killer, dieser Typ. Einfach ein Killer. Er sagt, Habibi, du und einen Junge, den du vertraust, nehme ich mit. Wohin? Nach Hamburg. Ich rufe meinen Cousin an. Ich sage, Bela, wo bist du? Da und da. Ich so, ich hole dich jetzt ab. Wir holen ihn ab. Er steigt ein. Er guckt erst mal direkt nach vorne. So nach dem Motto, wer ist denn dieser Typ? Ich habe zu ihm gesagt, Bela, beruhig dich. Das ist auch ein Chal von uns. Wir beide müssen nach Hamburg. Was machen wir da? Ich habe gesagt, erkläre ich dir dann. Wir kommen Hamburg Reeperbahn an. Er schnallt sich ab. Er guckt mich so an. Er sagt, pass auf. Du hast zwei Tage Zeit. Hier sind 2000 Euro. Für eure Umkosten. Ich weiß, du hast kein Geld. Ich weiß auch, der Dully hinter mir hat auch kein Geld. Ihr seid beide blank. Hier sind 2000 Euro. Ihr bleibt jetzt die nächsten drei, vier Tage hier. Mietet euch ein Hotel. Und sucht sie. Und dann fing es an. Er fährt weg. Wir gehen erst mal direkt in ein Hotel. Wir haben erst mal gebucht für drei, vier Tage. Direkt bezahlt. Und dann, äh, wir haben die komplette Reeperbahn auf den Kopf gestellt. Wir sind in jeden verfickten Scheißpuff reingelaufen und haben jeder Bitch das Bild gezeigt von Miriam. Kennst du sie? Nein. Kennst du sie? Nein. Kennst du sie? Nein. Stundenlang waren wir unterwegs. Stundenlang. Es vergehen zwei, drei Tage. Wir finden nichts. Keine Spur. Gar nichts. Nichts. Wir gucken, wir haben noch 700 Euro. Sag zu ihm, Bruder, was machen wir? Er sagt, Bruder, wir haben jetzt drei Tage hart gearbeitet. Wir gehen jetzt erst mal in die Spilo. Ich hab zu ihm gesagt, was willst du in der Spilo? Er sagt, Bruder, guck mal, an der Situation kannst du gerade sowieso nichts ändern. Wir haben jeden Puff abgeklappert. Jeden Puff. Keiner kennt sie. Keiner hat sie gesehen. Sie war nirgendwo. Lass uns mal ein bisschen runterkommen. Komm runter und lass uns überlegen. Wir gehen in die Spilo. Er macht sich Zwanni rein. Ich mach mir Zwanni rein. Wir lassen erst mal komplett entspannt rüber buchen. Wir bestellen uns einen Kaffee. Und wir sind in der Raucherlounge. Ja, nee, man kann doch rauchen. Wir beide sind ganz alleine da. Es ist Sommer. Dieser Raum ist auch klimatisiert. Er gibt mir eine Kippe. Er macht sich eine Kippe an. Ich mach mir die Kippe an. 20 Centfach Autostart. Und dann, Bruder, erzähl jetzt. Was machen wir? Was machen wir, Bruder? Der gibt mir die Schuld dafür, Mann. Was ist, wenn wir sie nicht finden? Der tötet mich. Er sagt zu mir, Herr Jar, beruhig dich erst mal. Überleg, was können wir machen? Was können wir ihnen sagen? Können wir ihnen vielleicht irgendeine Info geben? Irgendwas, womit er erst mal ruhig gestellt ist. Ich hab gesagt, Bruder, was willst du ihm für eine Info geben? Wenn wir ihn jetzt auch noch anlügen und er weiß, dass wir lügen. Digger, wir sind tot, Mann. Alter, wann checkst du das endlich? Er sagt, nein, nein, ich bin nicht tot. Du bist tot. Ich hab damit nichts zu tun. Ich bin hier nur, um mit dir zu suchen. Ich bin so wie dieser Typ, der mit dir hilft, diese Flyer und so zu verteilen, damit man nicht die Post beauftragt. Aber ich hab damit nichts zu tun. Ich bin nur hier, um dir zu helfen. Ich hab zu ihm gesagt, ja, danke für die Motivation, Alter. Auf jeden Fall. Ich rufe ihn an. Ich sag zu ihm, Chal. Ich sag dir ehrlich, ich hab nichts gefunden. Ich finde sie nicht. Er sagt, komm erst mal zurück. Ich geh zurück. Er sagt, warte auf einen Anruf. Sie wird sich bestimmt wieder melden. Zwei Tage vergehen. Ich krieg einen Anruf, anonym. Und ich weiß, sie ist das. Es ruft mich kein Anonym an. Mariem. Und dann hör ich nur noch eine Männerstimme. Wenn du dein Mädchen zurückhaben willst, nimm 8000 Euro und komm sofort wieder zurück zur Reeperbahn und legt auf. Ich rufe ihren Chal an. Ich sag, Chal, ein Mann hat mich angerufen. Er hat zu mir gesagt, wenn du dein Mädchen zurückhaben willst, nimm 8000 Euro mit und komm wieder zur Reeperbahn. Jani, diese ganzen Noten, die wir besucht haben und das Bild gezeigt haben, die haben wahrscheinlich den Zuhältern Bescheid gesagt. Und sie ist da gefangen. Er sagt, kein Wort zu irgendjemandem. Ich komm. Er kommt. Er sagt, hat er dir irgendein Datum gesagt, irgendeine Uhrzeit? Ich hab gesagt, nein, er wird sich aber wieder melden, weil er will die 8000 Euro. Er hat gesagt, pass auf, ich geb dir die 8000 Euro. Du musst genau wissen, wann, wie, wo. Ich krieg den Anruf. Er sagt zu mir, komm da und da hin. U1, Station U1. Er sagt, wenn du Station U1 bist, gehst du da und da lang. Ich bin auf jeden Fall erstmal mit ihren Chalz. Wir sind mit drei Autos da. Wir parken auf so einem Parkplatz in der Nähe von dieser Straßenbahn zwischen LKWs und so. Wir halten da und die parken zwischen den LKWs, sodass man das Auto nicht direkt sieht. Ich hab keinen Führerschein. Mein Führerschein wurde mir entnommen. Die parken das Auto genau in der Nähe von einer Polizeistation auch noch. Er sagt, hier sind die Schlüssel. Du bringst ihn in das Auto und kommst dann sofort zu diesem Parkplatz. Ich hab zu ihm gesagt, ich hab keinen Führerschein. Er hat gesagt, mach, diskutier nicht. Ich so, okay. Geh mir die Schlüssel. Ich lauf zu dieser Station U1. Ich steh da, ich steh da. Ich krieg Anruf. Hallo. Er sagt, lauf die Treppen runter. Er ist am Telefon. Ich lauf die Treppen runter. Er sagt, bleib stehen. Wo bist du? Ich hab gesagt, ich bin Station U1. Er sagt, lauf wieder hoch. Ich lauf wieder hoch. Er sagt, lauf zu Station U2. Ich lauf zu Station U2. Ich lauf runter. Er sagt, okay, jetzt seh ich dich. Ich hab gesagt, okay, wo ist das Mädchen? Er sagt, hast du das Geld dabei? Ich hab gesagt, ja. Er sagt, lauf wieder hoch. Lauf Station U3. Ich lauf zur Station U3. Ich bin da. Er ruft, er ist wie gesagt immer noch am Telefon. Er sagt, hast du das Geld dabei? Ich hab gesagt, ich hab das Geld dabei. Dann sagt er zu mir, halt das Geld mal hoch. Ich packe meine Tasche. Ich halte das Geld hoch. Er sagt, okay, jetzt geh wieder hoch und lauf wieder zurück zur Station U1. Wenn du U1 Station bist, oben, du läufst die Treppen runter. Und gegenüber von dir sind auch Treppen. Da läuft das Mädchen runter. Und hinter dem Mädchen ist ein Mann. Dem gibst du das Geld. Du nimmst das Mädchen und verpisst dich hier und lässt dich hier nie wieder blicken. Ich hab zu ihm gesagt, okay. Ich lauf die Treppen runter. In dem Moment sehe ich Meriem. Meriem sieht mich. Ich sehe Meriem. Meriem dreht durch. Sie rennt auf mich zu. Der Typ ist hinter ihr. Vier, fünf Meter. Aber als sie dann gerannt ist, wurde die Entfernung höher. Sie fängt an mich zum Arm. Gott sei Dank, Herr Jard, du bist da. Was weiß ich. Und ich sehe nur noch, du siehst in meinem Arm und ich sehe da diesen Mann. Straßenbahn kommt. Es ist richtig laut. Er kommt voll viele Menschen und ich sehe, er kommt immer näher. Ich gucke so nach links. Die Tür von der Straßenbahn ist auf. Und ich weiß, dass die Straßenbahntür jetzt gleich zugehen wird. Er kommt näher. Ich nehme sie. Schmeiße sie in die Straßenbahn. Spring auch rein. Die Tür geht zu. Und ich sehe nur noch, wie dieser Typ mich anguckt. Und innerlich mich von vorne bis hinten beleidigt. Und nicht mehr weiß, was er machen soll. Straßenbahn fährt los. Wir steigen nächste Station direkt aus. Wir rennen los. Ich habe zu ihr gesagt, renn einfach. Wir rennen Richtung Auto. Ich sage, schnell steig in das Auto ein. Sie guckt. Sie sagt, oh mein Gott, das ist das Auto von meinem Onkel. Ich habe gesagt, steig in das scheiß Auto ein. Das ist nicht das Auto von deinem Onkel. Sie sagt, doch, das sind seine Nummernschilder. Die bringen mich um. Ich habe gesagt, steig ein Mädchen. Sie sagt, nein, das ist von meinem Onkel. Der wird mich umbringen. Mädchen, steig ein. Das ist das Auto von meinem Vater. Er hat sich das letzte Woche gekauft. Sie sagt, ich steige da nicht ein. Ich habe gesagt, steig ein. Oder wir beide sind gleich tot. Mädchen, die kommen gleich. Sie steigt ein. Sie hat es mir irgendwie dann abgekauft. Und ich fahre. Ich gebe einfach Gas. Polizei. Polizei habe ich gar nicht mehr ernst genommen. Ich fahre. Ich sage, oh Herr Jarl, Gott sei Dank. Was weiß ich. Ich habe zu ihr gesagt, beruhig dich. Bitte. Ich bin gerade richtig übertrieben unter Adrenalin. Mein Herz klopft, klopft, klopft. Ampel ist rot. Ich gucke in den Spiegel, außen Spiegel. Alles mögliche. Ich gucke um mich herum. Ich weiß nicht, wann es an der Scheibe klopft. Wann jemand die Tür aufreißt, mir ein Ding gibt, mir eine Kugel gibt. Ich will einfach nur noch weg. Ich will auf diesem Parkplatz, weil da fühle ich mich sicher. Da sind die ganzen Chals von ihr. Auf jeden Fall. Wir kommen da an bei diesem Parkplatz. Und sie sieht nur noch vom Weiten mehrere Autos, ihre Cousins, ihre Onkels. Und sie fängt an durchzudrehen. Sie will sich abschnellen. Sie will aus dem Auto springen. Sie tritt mich. Sie schlägt mich. Sie kratzt mich. Lass mich raus. Sie bringen mich um. Ich habe gesagt, ich packe sie einfach und habe mit aller Kraft versucht, sie so festzuhalten. Und fahre mit der anderen Hand. Wir kommen da an. Die machen die Tür auf. Nehmen sie. Packen sie ins Auto. Fahren los. So. Das Mädchen ist in Sicherheit. Das Mädchen ist jetzt bei ihrer Familie. Ich sitze immer noch in diesem Auto. Ich sehe nur noch, wie die Autos wegfahren. Ichal, der mich die ganze Zeit unter Druck gesetzt hat, sitzt hinten. Mein Cousin sitzt rechts neben mir. Und er sagt, fahr los. Ich habe zu ihm gesagt, Chal, bitte. Ich habe keinen Führerschein. Ich muss MPU machen. Und wenn ich jetzt angehalten werde, dann kann ich meinen Führerschein komplett vergessen. Er sagt zu mir, egal, ich kenne jemanden. Fahr nach Walsröde zu MPU-Kasen. Der wird das schon machen. Und ich denke so, der hat auch keine anderen Probleme. Er sagt, er kriegt das hin. Fahr jetzt. Wir fahren los. Und dann höre ich nur noch, wie er jemanden anruft. Hallo, Chal, wie geht es dir? Mach dir keinen Kopf mehr. Sag meiner Tante Bescheid. Sie muss nicht mehr weinen. Wir haben ihre Tochter. Wir kommen jetzt nach Hause. Sie braucht nicht mehr weinen. Wir haben sie. Wallah, wir haben sie. Er legt auf. Ich gucke in den Spiegel. Er guckt einfach so nach draußen. So als wäre nix. Als wäre wirklich gar nix. Wir kommen da an in der Stadt, wo die wohnen. Und ich gucke nur noch ein Palast. Und dann hat es hier oben Klick gemacht. Wie viel Patte die eigentlich hatte. Oder die Familie hatte. Weil die hat mich mal beschenkt. So einfach so hat sie mir ein iPhone 6 damals geschenkt. Einfach so. iPhone 6 damals, wo es neu war. Ihr wisst. So wie jetzt iPhone 12. Genauso teuer. Auf jeden Fall. Wir sitzen im Auto. Ich gucke meinen Cousin an. Ich sage zu dem Cousin. Scheiß mal auf sie. Sie ist jetzt wieder da. Aber ich habe diesen Typen die 8000 Euro nicht gegeben. Was mache ich damit? Er sagt, Bruder. Weiß ich nicht. Ich habe zu ihm gesagt, soll ich ihnen sagen, dass ich die noch habe? Soll ich ihnen die zurückgeben? Er sagt, halt mich da raus. Ich will darüber nichts wissen. Nachher war dieser ganze Heckmeck umsonst. Und danach bist du trotzdem tot wegen 8000. Ich sage gar nichts. Wenn du sie behalten darfst, mach schön Brati. Niv Niv. Also Hälfte, Hälfte. Dann, er kommt, er sagt zu mir, komm her, ihre Mutter will mit dir reden. Ich gehe rein, sie kommt, sie umarmt mich. Dankeschön, mein Sohn, mein Kind, was weiß ich. Und sie sagt zu mir, ich möchte unbedingt mit deiner Mutter sprechen. Ich will unbedingt bei deiner Mutter sagen, du hast einen guten Junge. Ich habe zu ihr gesagt, Tante, nein, musst du nicht, wirklich, alles gut, brauchst du nicht. Du bist auch wie meine Tante und so. Du brauchst dich nicht bedanken. Ich habe das gerne gemacht. Sie sagt, voilà, Dankeschön, du bleibst heute hier. Du wirst mit uns essen. Ich fühle mich so unwohl, ne? Ihre Mutter. So, es kam mir hoch, was ich so alles mit ihr hatte. Versteht ihr, was ich meine? So, ich habe mich voll geschämt. Auf jeden Fall, wir sitzen da, wir essen. Ihr Kousin kommt, sagt, ihr könnt jetzt langsam nach Hause, wenn ihr wollt. Wir sind draußen, ich habe zu ihm gesagt, Harald, ich muss dir was sagen. Er sagt, was denn? Ich habe gesagt, hier, ich habe die 8.000 Euro. Ich habe sie einfach in die Straßenbahn geschmissen und ich habe ihm das Geld gar nicht gegeben. Er hat gesagt, die 8.000 Euro gehören dir, die kannst du behalten. Dann klopft er mir so auf die Schulter und sagt, ab jetzt hast du eine Familie in dieser Stadt. Wir sind dein Rücken. Egal, was du brauchst, egal was. Wenn du Probleme hast, egal was, ruf uns an, wir sind da. Ich habe zu ihm gesagt, okay, korrekt von euch. Wir sind jetzt quitt, wir sind sauber, wir sind clean miteinander. Er sagt, wir sind sauber miteinander, du kannst gehen. Das war es. Dann kam der geile Teil der Geschichte. Diese 8.000 Euro, mein Brä und ich, wir sind erst mal nach Holland gefahren. Wir haben die 8.000 Euro komplett auf den Kopf gehauen. Wir waren da auch so ähnlich wie Reeperbahn, aber ein paar Stufen höher, sauberer. Haben alles möglich gemacht. Getrunken, geraucht, gezockt. Bei Mädels, überall 8.000 Euro, zwei Tage weg. Wir kommen wieder. 5, 6 Tage vergehen. Ich kriege einen Anruf. Hallo? Hey, Herr Jar, was machst du? Lass mal wieder was trinken gehen. Es ist wieder diese Meriem. Meriem, bist du behindert? Mädchen, komm mal ein bisschen runter von deinem Trip, bitte. Bitte. Hör auf, mich anzurufen. Ich will auch mit dir nichts mehr zu tun haben. Geh mit jemand anderes was trinken. Geh mit jemand anderen ins Bett. Ich will nicht mehr. Lass mich in Ruhe. Ich habe keinen Bock mehr. Das war zu viel für mich. Ich bin 22, ich meine, ich dachte, ich war in einem Kinofilm. Sie legt auf. Ein Monat später kriege ich einen Anruf. Hallo? Er sagt, Herr Jar, wie geht's dir? Ich sage, gut, danke. Wer ist da? Ich bin's. Der und der. Es war ihr Onkel. Ihr Cousin. Ich sage zu ihm, gut, Rall, danke schön. Wie geht's dir? Er sagt, mir geht's auch gut. Ich möchte gerne, dass du nächste Woche Freitag um 10 Uhr beim Friedhof bist. Wir werden Miriam beerdigen. So, was redest du da? Wie Miriam beerdigen? Ja, sie wurde vor zwei, drei Tagen von einem Rumänen angefahren. Er hatte Alkohol im Blut, ist Auto gefahren und hat Miriam angefahren. Sie war direkt tot. Ich so, Jarl, bitte sag sowas nicht. Er sagt, doch. Nächste Woche Freitag 10 Uhr. Wir würden uns freuen, wenn du auch da bist. Ich rufe meinen Cousin an. Ich sage, Cousin, du glaubst nicht, was passiert ist? Er sagt, was denn? Ich sage, Cousin, Miriam ist tot. Wie Miriam ist tot? Ich habe gesagt, ich weiß nicht, mein ihr. Cousin hat mich angerufen und sagt, irgendein Rumäne, Bulgare oder so hat sie angefahren. Der war besoffen und sie ist jetzt tot. Er sagt, Bruder, hör auf mit so einer Scheiße und so. Hast du ihm das geglaubt? Ich habe gesagt, was geglaubt, dass sie tot ist? Er sagt, nein, nein, dass sie tot ist, ja. Aber das ist so Rumäne und Unfall und so. Ich habe gesagt, Digga, die haben die ganze Zeit sie gesucht. Natürlich, natürlich glaube ich ihnen das. Er sagt, Bruder, ich weiß nicht, halt mich aus der Scheiße raus. Ich will auch darüber gar nichts mehr hören. Ich sage, ja, okay. Ich denke tagelang darüber nach. Ich denke, fuck, stimmt das? Ich gucke Zeitungen. Stimmt alles. Ganz kurz an die Hater, die in die Kommentare jetzt eigentlich schreiben wollen. Wir haben das gegoogelt und nicht gefunden. Und sie ist auf eine andere Art und Weise gestorben. Ich habe es natürlich ein bisschen umgeändert, damit die Geschichte auch anonym bleibt. Nur für euch mal kurz zur Info. Also spar dir dieses Kommentar. Warum finde ich nie was im Netz? So. Auf jeden Fall. Ich bin Freitag 10 Uhr da. Und wisst ihr, was das Krasse ist? Ich gucke mir ihre Mutter an. Ich gucke mir ihren Vater an. Ich gucke mir ihren Bruder an. Ihren anderen Bruder an. Ihre Onkels an. Ja, nee. Normalerweise weint man doch auf einer Trauerfeier. Vor allem bei so einem tragischen Unfall. Vor allem, wenn das Kind noch so jung ist. Aber keiner hat geweint. Keine Träne. Der Hodja war da, hat sein Gebet gemacht. Sie wurde beerdigt. Das war es. Da haben ein paar Gäste Abschied genommen. Dann gehe ich zu ihrem Onkel. Ich sage zu ihm, Chal, mein herzliches Beileid, möge ihre Seele in Frieden ruhen. Da guckt er mich an und sagt, weißt du, das Leben kann manchmal schneller vorbei sein, als man denkt. Und man sollte ganz genau aufpassen, was man tut. Weil du bist nicht alleine auf dieser Welt. Du bist nicht alleine in dieser Gesellschaft. Wenn du einen Fehler machst, ist deine ganze Familie gleich mit involviert. Wenn du ein guter Mensch bist, ist deine Familie auch gleich mit involviert. Das heißt, wenn du ein Mensch bist, über den die Leute gut reden, hat deine Familie auch einen guten Ruf. Wenn du ein Mensch bist, über den die Leute schlecht reden, reden sie gleich über deine Familie auch schlecht. Deswegen passe mal auf den Ruf deiner Familie auf. Sonst kann es schnell vorbei sein. Hast du gehört? Ich gucke hinein und sage, ja, Chal, habe ich gehört. Ich steige ein und ich wollte am liebsten so weit wegfahren wie möglich, aber ich habe in seinen Augen gesehen, dass die Sache jetzt zwischen den und mir erledigt ist. Ich komme auf diesen Schock nicht klar. Meriem ist einfach tot, Alter. Unfall, nicht Unfall. Keine Ahnung. Das war es mit der Story. Vielen Dank fürs Zuhören. Nehmt aus der Geschichte das mit, was ihr auf jeden Fall mitnehmen wollt. Und ein Riesengruß geht erstmal an meine Schwester Güljan und an ihren Sohn, an ihren wunderschönen, süßen Sohn Guthan, der nach meinem ehrenhaften Onkel benannt wurde und auch einen riesengroßen Gruß an ein wunderschönes Päschchen Serhat und Nurdjan, meine Schwester und mein Bruder. Ich küsse eure Herzen. Vielen Dank für euren Support. Abonnier den Kanal, aktivier die Glocke, like, kommentier, teil, mach dir eine Tapete mit diesem Kanal in deinem Wohnzimmer, egal was, aber Supporter ist, weil dieser Kanal rettet Leben, öffnet Augen und noch vieles mehr und ja, viele Abonnenten fehlen nicht mehr, bis zu eine Million Abonnenten, wir sind jetzt bei 40.000. Schönen Abend noch, ja, bis dann, ciao.